mein name ist mickey wiese und das sind meine ermutigenden geschichten hallo leute jetzt passt mal auf der mickey der hat wieder eine ganz tolle idee für euch bereit die ihr euch jetzt gleich mal vorstellen wird genau denn ihr müsst einfach mal über folgendes nachdenken in einem verrückten system sind die regeln so etabliert dass sich jeder zu seinem eigenen schutz so verhält dass das system erhalten bleibt vor dem er sich zu schützen versucht versteht ihr aber wenn man sich einfach mal so in den arm nehmen würde und offen aufeinander zugehen würde natürlich mit dem risiko verletzt zu werden dann könnte sich vieles ändern oder was denkst du dazu da gehört natürlich eine ganz gehörige portion mut dazu aber wie soll sich sonst irgendwie in der welt was ändern wenn wir nicht manchmal mit dem mut mit dem mut der hoffnung ins offene messer rennen ich bin gespannt was ihr dazu sagt glaube bedeutet für mich eine freundschaftsbeziehung mit gott zu haben mein lebensziel empfinde ich als ein transportieren dieser guten und froh machenden botschaft dass gott dass eine beziehung zu gott nicht schwer ist dass gott existiert und dass er ihr freund sein wird